Dr. Evil, wir haben immer noch die ultimative Versicherung. Darf ich vorstellen, den äußerst sinnlichen, äußerst stramen. Austin Powers Vorder. Sein was? Seinen Vorder, Dr. Evil. Sein Flodder? Hm. Was ist denn ein Flodder? Seinen Vorder. Sie wissen schon, der Vorder. Schön, Goldständer, aber ich spreche kein hohles, höllisch-holländisch. Okay, Perversling? Vorder. Sein Dad. Dad ist Vorder. Ach, sein Dad. Oh, sein Vater. Ja, ich hab holländischer Akzent. Ist das nicht abgefahren? Vater. Vater.